Nein, sind zu einer neuen Folge von Matcheside mit Flo, mit mir und ja, wir probieren uns mal wieder weiter. Mit Dieter. Jo. Und jetzt kommen ein neues Gebiet und bevor wir das neue Gebiet machen, will ich nochmal ganz kurz was zeigen. Ich hab doch letzt, wir sind doch Level 5 geworden, letzte Folge, oder? Ja, ja. Ja, und ich hab den Zauber hier wieder, wo ich fliegen kann. Yay. Ah, cool. Ich hab den hier. Den Triple Jump kann ich damit machen. Ah, cool. Ach, du nimmst aber jetzt das Grüne und nicht das Rote, oder was? Ja, nein, wenn ich auf Fall und Bogen bin, nehm ich das Grüne. Weil es nämlich von meinen Decks abhängt, wie stark der Dreck ist. Der Stein ist böse übrigens, mir wird auch gefallen. Ich würd grad sagen. Hier gibt's nämlich böse Steine, die kann man... Das Schöne hier dran ist an der Welt, hier kriegt man verdammt viel Pelz, für meinen Typen. Das Dumme aber dran ist, wir haben noch keine großartigen Fernkampfwaffen, bis auf Floh seinen Bogen. Und die Magier sind ja nicht stark in Sachen von... Pelze! Ja, damit. Aber die kleinen Typen sind ja keine Fernkämpfer. Die großen Typen... Ja, der große Typ da hinten. Der ist vielleicht ein Arschloch. Ich würd grad sagen, kannst du... Hast du genug Pfeile? Ich hab 105 gemacht, Alter, im letzten Part. Ah, das Gold, gut, dass ich mal ne Eisenpick-Ex gemacht hab. Gut, dann kümmerst... Da läg ich schon wieder. Dann kümmerst du dich jetzt hier um die Viecher. Das Problem ist jetzt aber auch, wir finden hier bestimmt keine Spiderwebs, außer bei den... Äh, äh, Dingern. Okay. Okay, Floh, hier brauch ich deine Hilfe. Hier ist ne Kiste. Floh? Bitte mal kurz, ich warte grad, bis man Ping runtergeht. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, nee, jetzt ist er weg, oder? Nee, es geht grad wieder runter. Ah, jetzt geht er runter, okay. Ich muss immer drauf warten, es ist... Es lag so lange, bis der Ping wieder anfängt runterzugehen. Ich würd grad sagen... Das ist das Lustige bei TeamSpeak, wenn er anfängt runterzugehen, ist er eigentlich schon wieder ganz unten. So, da unten ist die Kiste. Da ist ein Stein, der angreift. Ja, deswegen sag ich, da unten brauch ich deine Hilfe. Man kann mit so zwei so Fliegen so ein Magiekristall machen und den kann er zu einem Stock und dann hat man einen Magiestab. Aber man kann den Magiekristall auch mit dem Schwert vereinen und dann hat man das Magie-Schwert des Stärkes. Ich wollt erst mal grad noch vorher sagen, ähm... Einen Zweihänder kann man sich nicht craften, das kann man bloß finden. Es ist langsamer als normal, also ihr seht, wie lange er aushöhnt ist bei mir. Aber man kann ihn verhindern mit Magie. Ja, ich bin grad mal kurz zum Anfang zurückgelaufen, um Viecher zu suchen. Oh Gott. Ich will ja nix sagen, aber da, wo wir mal weitergehen, da sind vier so Typen, fünf so Typen mit Fernkampf-Magie. Na, dann... Nex. Dann beeil dich mal. Ja, ich fett's grad drauf. Und da war auch ein Pflanzenstrauch, den du für mich abbauen musst. Mach ich gerne. Ab, nice Level. Was haben wir bekommen? Ich hab bloß Fokus. Oh, das Rohr, mehr Decks. Oh, oh, oh. Ja, Fokus. Oh ja. Hey, noch mehr... noch mehr Hals. Ich triff grad das Schweine irgendwie nicht. So, gab's noch irgendwo... Oh, fuck. Oh, da kommt ja schon das Zeug auf mich zugeflogen. Kommst du mal. Hier ist noch ne Flügel und dann sind da so drei so Dinger. Mushrooms. Da ist, äh... Mushrooms. Das ist, ähm... Oh, zwei Hits. Ah, ja, Dings. Ne, so war mehr. Ich hab drei große Potion und ne kleinen Potion. Das hast du fünfe. Da hab ich viel... Goddamit. Thunderbug. Ja, aber da mach ich lieber den Start davon nicht das Schwert, weil das Schwert ist besser, wenn man es mit Feuer zusammen macht, nach meinen... Ja. ...Erfahrung her, so. Kann man durch Wände schießen. Die Axt, äh, so. Ja. So, nur mal kurz zu zeigen, was der Blitzstart kann. Lila, Lila oder Magie? Oh, ja, der Plüscher kann das, jo. Kann ich auch spamen. Meine Axt ist kaputt. Voll traurig so, oh. Ah, kurz, ich mach mal schnell ne neue Axt. Ich wollte grad sagen, hinter dir ist eigentlich eher eine Ticket zu benutzen. Ach, hier, was du kannst du haben. Ich mach mal dann gleich Rüstung. Oh, ein bisschen auf Zeit spielen. Wieso? Da kann man mal sehen, was passiert, wenn wir zu lange hier drinnen rumhocken. Ja, was willst du machen in der Zwischenzeit? Stimmt, oh, weiter. Na, dann ab. Magie. Ja, das Silane ist wirklich graus. Furchtbar. Ja, das werden wir euch irgendwann mal noch zeigen müssen, wenn wir das hier länger machen, weil irgendwann bleibt da keine andere Option. Auch fürs Erste vermeiden wir das noch. Ja, so ist es, ne? Nicht so, nicht so nett. So, und ich hab jetzt einen neuen Monster Heiz. Das heißt, ich kann sechs davon nehmen und so Leder machen. Ja, mache das mal. Ich hab noch einen String, wenn du dir noch einen Bogen machen willst. Nee, sag mal, musst du dir noch einen Bogen machen? Nee, ne? Bogen? Äh, anderen für sich nicht, nein. Er hat es in der ganzen Zeit, wo wir jetzt gespielt haben, vier Schaden genommen von 100. Ich glaube nicht, dass sich das bis Level 20 ändern wird. Okay, dann kann ich also dich zwingend wegwerfen, äh, verkaufen. Ja. Ja, ich war, normalerweise brauchst du keinen zweiten Bogen zu machen. Das hab ich's noch nie geschafft. Ich hab drei Monster Pelz. Kannst du gerne hergeben? Ich hab bloß ein. Du hast du gerade so nicht genug, um dir was zu machen. Ja, mir fehlen zwei Pelze. Also, hier kann ich jetzt das Leder nehmen und das Eisen nehmen und dann mach ich drei von dem Eisen Leder. Und dann kann ich drei von dem Eisen Leder nehmen und ich mach aber lieber, weil die Helme schauen irgendwo blöd aus. Mach ich mal lieber das Ding. Das ist bei den Bogenschützen immer so, die Helme schauen irgendwo voll behindert aus. Als ob man einen Penis im Gesicht hat. Das sind alles, ja. Süßte. Ich wollte sagen, das ist nur beim Diamanten und so, aber da hab ich nochmal nachgedacht. Soll ich mal Schilde machen? Ja, das war nicht schlecht. Wir haben 17 Eisen. Ja, dann machen wir ein paar Eisenschilder. Weil Schilde kann man so oder so nur für Melee machen. Was heißt eigentlich? Ja, so geht's hier. Bring ja mir nur zwei HP zusätzlich. Da liegt eins. Ja. Äh, ja ne, ich brauch keine Melee-Waffen eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Sieht irgendwie witzig aus. Machen wir mal was zum Kuchen. Äh, Stein, Kohle. Mach mal Kohle. Okay. Ich grill zuerst. Wenn hier oben fassst du da was gehörn willst nach mir. Ich hab 20 Essen. Ich hab 19,15 hab ich. Darf ich? Ja, ja. Das Ding ist so ein Feuer, wenn man sich zu zweit heranstellt, dann passiert's oft, dass man das rohe Fleisch frisst aus Versehen. Bisschen ungut. Bisschen. Das Schöne ist auch noch dran, dass... Man kriegt zwar keinen Schaden, aber man kriegt weniger Zeug. Ja. Äh, Essens. Das Schöne auch an das Falscheste ist heilt, ähm, ab und zu mal HP. Nö? Ja, aber nur das Gegrillte eben. Ja, nur das Gegrillte. So, jetzt hab ich wieder 101 Pfeile. Holzverkauf machen, weil ich brauch nur die Sticks eigentlich. Drei Leder, ein Herb. Da passt, von mir aus kann man weiter gehen. Darf ich? Ja. Und... Jut. Oh, ja. Achso, doch, da steht er noch. Oh, ich hab mehr Schaden gemacht, dass... Du musst dann jetzt in den zweiten Schuss irgendwas nichts gefallen hat. Wolltet ihr da oben übernehme ich? Da hin? Ja. Peeow. Ah. Da kriegt man so grüne Portions von. Ah, äh, klaut. Ne, ich hab noch Poison, bei dem muss man aufpassen. Weil, die schießt man so. Und wenn man da horizontal schießt, dann knallen sie vorne auf den Boden und man kriegt so Schaden. Das ist echt ungut. Feuer! So, wie viel Haupts hab ich denn? Lustigerweise bleibt ja mal ein Poison übrig. Na, du holst das Gold, oder was? Gold. Kannst du, oder soll ich? Ich wollt grad sagen, mach du mal, aber ich hab bis jetzt noch kein Feuerback. Irgendwie fehlen mir jetzt hier auch gerade eben die Magiedinge, außer ich hab grad den zu übersehen. Oh, da oben. Ich weiß auch, ich sollte Holz abbauen. Dann baue du mal Holz ab. Ich erledige mal so lange hier die. Das Ding ist nämlich, später gibt's dann so Schlösser, ähm, Schlösserebenen. Und dort gibt's kein Holz. Und wenn man dann die Sticks ausgehen und damit dann die Pfeile, bin ich ziemlich im Arsch. Jo, das stimmt allerdings. Weil das hatte ich nämlich schon mal erwarten. Viermal ne Steinebene hintereinander. Schon wieder. Hey, jetzt kann ich mal nen Helm machen. Ja, ich kann mir jetzt, ich kann mir jetzt bis jetzt grad mal ein Rüstungsteil machen. Oh man, ich hätt, ich hätt ne Gold, nen, nen Gold, äh, Ding machen sollen. Da ist ne böse Truhe. Erkennt man nur ne Zunge, die raushängt. Ja, da ist so ne ganz kleine Zunge an der Seite, so ne kleines rosa Stück. Ähm, ich sammle mal für dich noch nen Post-Dix mit. Okay. So, 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 so ne Art Notfallen. Jetzt ist mein Axt kaputt. Oh, okay. Da hab ich auch wieder ein bisschen mehr, du leckst grad, wird aber, kann das hin? Ja. So, so 3000er. Was geht denn heute mit dem Internet schon wieder abherrscht? Ich muss mich, ich glaub ich geh nach dem Park mich mal beschweren. Bei meinem, in dem Haus hin. Kann ich sein, das ist ständig Lex Bikes. Bellerei. Oh, da ist schön der Magie. Hast du nen Tod gekriegt? Ja, ich hab grad alle drei tot gekriegt. Ah, hab noch ein paar Pelze gekriegt. Willst du eigentlich die grünen Potions haben? Die grünen? Ne. Piu. Ich find den Stab so geil. Oh, man. Ich jetzt. Das blöde ist, wenn man keine Spider-Werbs mehr braucht, dann findet man immer übelst viele. Ja, stimmt. Aber das kannst du allgemein über alles sagen. Ich war auch immer früher im Lego, beim Lego-Spielen, so kaum brauchst du nen Teil nicht mehr, findest du drei davon. Und wenn du einen brauchst, findest du gar keine. Ja. Hopp, Steingreif dann. Immer das schöne an der Steine. Ja, Leder. Ich hätte gesagt, wir gehen ins Schloss, oder? Oder warte, lass mir noch ein bisschen Holz hervorfahre. Das ist keine Axt. Na, ich hab noch 26 Sticks, wenn du welche brauchst. Ich hab 55, aber ich hätt gern so nen Stapel ungefähr. Okay. Das kriegt man nicht aus einem Stick und, äh, äh, was weiß ich, so nen Bauern kriegt man da nicht irgendwie für einen Fall. Ja, fünf Pfeile, aber trotzdem, ich brauch nen Haufen davon. Da würdest du gar nicht glauben, wie schnell Pfeile verschwinden. Na, das ist eben halt pro Angriff. Mir kommt's irgendwie vor, als ob ich nen Leder weggepackt hab. Na, egal. Ich mein, ich hab 14, ich hab 14 Heiz. Äh, Pelz, nicht Leder, sorry. Pelz? Was war's mit nem Pelz? Machen wir noch mal nen Holz-Axt. Machen wir das ruhig. Ich renne noch mal zurück und gucke nach, ob man noch irgendwo ein paar Kegner haben, die ich mal schnell kalt machen kann. Ich sag mal, das Holz, was rumliegt. Vielleicht sehen wir noch was passiert. Ich wollt grad sagen, sobald aber die Musik losgeht, musst du losrennen, ja? Jojo. Nicht das Ding, die sind nicht so erst bei dir und da. Deswegen, und ich hab keine Lust zu sterben. Ich hab grad so schön drei zu leben, nee. Gut, ich bin jetzt wieder am Anfang. Gut, ich hab jetzt mal so weit alles abgebaut, eine Nacht. Hier hab ich hier alles abgehackt. Ah, nein, kein Holz. Auf geht's. Da hinten sind noch, da hinten sind noch am Anfang, sind noch ungefähr fünf, sechs Bäume. Na, kein Bock. Das hab ich je schon, 81 Sticks, das geht schon. Wenn man immer so ein Geräusch hat, das ist immer noch mein Handy. Ich hab's vergessen auszustellen, also ein Ton. Da komm ich manchmal drauf. Normalerweise hab ich durchgehend Vibrationen an, aber jetzt ist grad irgendwie der Ton an. Da hab ich vorhin bestimmt, dass du den laut und leise Knopf erwischt. Oh, nein, warte. Äh, geh mal Schloss, oder? Mein Rot ist auch nicht so nett, aber ich mein, Schloss ist mal lieber, weil gibt's viel Loot. Ja, aber... Du wehst. Wie viel hatte der Typ? 120? Geh schon. Ich hab bis jetzt nur... Mach erstmal ne Goldpick. Goldpick. Es gibt ein goldenes Schwein. Also wir werden uns jetzt nur noch ausrüsten und danach wird man die Folge beenden, würde ich mal sagen. Hast du genug Pelz, um dir was zu machen, oder? Mir fehlen noch zwei. Das ist fies. Ah ne, ich hab vier Pelze, doch, ich kann was machen. Machst du Eisen? Warum soll ich mal aus dem Eisen machen? Guck mal, der hat nen Penis im Gesicht. Ach ja. Das ist eine Kalleiste, okay. Es ist ein Symbol. Danke für die Strings. Ach, wie viel Schade hat mein Bogen jetzt? Oh, Mann, er hat noch ein Prozent mehr Schaden genommen während der Ebene. Junge, jetzt gib mir das Eisen. Wie viel brauchst du? Eine Dreie. Ich hab gefragt, wie viel du brauchst. Nee, hast du nicht. Als ob du mich was frägst. Bist doch so ein egoistisches Schwein, du. Oh, Schloch. Genau. Mach ich mir jetzt den Helm, oder mach ich mir... Ist eigentlich egal, was ich mache. Es hat ja beides gleich viel. Ja, ich mach mit den Helmen. Es schaut besser, was besser ausschaut. Ich komme mir irgendwie schwul vor mit den lila Helmen. Egal. Ich mag's aber. Nicht schwul zu. Mach die mal ne Sekunde? Nee, nee, mach ruhig. Ich bin grad hier Zeug verkaufen. Wenn wir Torschnummer einordnen. Ja, mal ein Goldschwert gekauft. Warum? Weil ich's Geld hab. Okay. Ja, das Ding ist, wenn man Geld hat, dann sollte man's ausgeben, weil, ich mein... Ja, hast du aber doch recht. Kann ich heute irgendwas schönes kaufen? Ich könnte mir ne Steinachs kaufen. Ich hab jetzt genau null Geld. Ne Eisenachs. Ja, das wär nicht schlecht. Zack. Ja, ich hab da noch acht Heiz. Was heißt, der Gold wäre da noch Platz? Oder Diamant, weil das ist gut möglich, dass man in der Ebene hier Diamant kriegt, weil das ist Loot-Ebene. Oh ja. Aber das schauen wir mal alles. Im nächsten Part. Der geht jetzt schon mal 60 Minuten lang. Ja. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.